so hallo zusammen da darf ich mich mal wieder mit einem video bei euch melden ich habe mich mit der thematik schneelandschaft beschäftigen dürfen ja geil weil ich für eine bekannte ein kleines diorama gebaut habe für ihr kindermodengeschäft ich fand es sehr entspannend weil ich auch schon so lange nicht mehr gebastelt hat mir hat es richtig gut getan und es ist glaube ich so im großen ganzen auch echt ganz nett geworden ich habe meinen großteil vom vom alten material von der von der eisenbahn hergenommen bin mit einem eigentlichen weißem holzlack erstmal so in der grundierung drüber habe dann auch gar nicht lang rum gemacht habe das dann auch für die bäume her genommen mit einem mit einem gröberen pinsel und habe mir dann hier so in so einem dekomarkt hier und weihnachtsmarkt so einen feinen schnee gekauft und habe das quasi dann so ein bisschen eingepudert und ich finde das schaut eigentlich auch echt ganz ganz gut aus klar fehlen so ein bisschen hier die details dass man sagt okay da liegt schnee auf dem dach drauf und das siehst du auch aber ich denke mal für ein kleines diorama ist es schon mal ganz ganz nett geworden skifahrer sind dabei langläufer sind dabei natürlich auch die familie mit hund hier oben haben wir noch eine burg das ist die ruine ich glaube von falla die habe ich dann auch so ein bisschen angemalt mit schlossgeist oder ruinen gespenst wie auch immer ja das ist so dann der aktuelle stanz schauen dass ich hier noch mal ein bisschen weiter weg gehe also es ist wirklich nicht groß aber es ist denke ich mal wirklich ganz nett geworden hoffe ich geht es allen gut und kommt mir gut durch die zeit viel spaß beim basteln servus